Du kannst in deinen Ängsten arbeiten, indem du dir bewusst wirst zuerst, was denn überhaupt deine Ängste sind, in welchen Situationen sie auftreten und auch welche Gedanken dort eine Rolle spielen. Also indem du dir bewusst wirst, welche Gedanken deine Ängste verstärken. Oftmals sind das Vorstellungen, die nicht realistisch sind, Vorstellungen von einem Ausgang einer Situation, die ganz schlimm ist, aber die im Endeffekt vielleicht nicht viel mit der Realität zu tun hat. Und wenn du dir einmal diesen Gedanken bewusst wirst, kannst du versuchen, an diesen zu arbeiten, indem du dich umwandelst in einen realistischen Gedanken. Und du kannst auch daran arbeiten, indem du dich mit deinen Ängsten konfrontierst, indem du dir Erfahrung machst, ich habe es geschafft, mich mit meiner Angst zu stellen und die Situation zu bewältigen. So gibst du dir die Chance, ein Erfolgserlebnis zu haben und es auch zu schaffen. Und mit jedem Mal, wo du die Angst überwindest, klingt es dir besser, dich wieder in die Situation zu begehen und dich erfolgreich zu meistern.